Dieser Jägerkeller bedeutet Nervis. Warte mal, dass der zurückkommt und versuch doch mal diese spezielle Attacke, die ich da ausgewählt habe. Hat ganz gut geklappt. War ganz okay. Oh. Ich sehe schon, hier wird es wieder heikel. Oh, 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 oh. Da kann ich mich zur Sicherheit festhalten, falls ich es zeitlich nicht schaffe. Eine runter. Eloi. Eloi, eine runter. Soll es eine runtergehen? Wieso geht sie nicht runter? Ja, danke für nichts. Wo stehe ich jetzt hier? Geh doch hoch. 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 Und jetzt rüber. Danke. Jetzt bin ich da, wo ich hinwollte. Was ist denn los? Nein! Shit. Ich trau mich nicht. Wie komme ich denn da rüber? Ich habe mir überlegt, ob ich die leiten muss, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Geh hoch. Ah, das ist so anstrengend. Belassend. Wir warten ab, weil die lassen jetzt nach. Alle wollen deine Ködel. Na, besser, sie wollen deine Ködel als deine Klö... Klö... Ich sage das nicht laut. Okay. Ich wusste nicht, dass sie sich das traut. Der einzige Weg hinüber. Füß nach oben. Ach, nö. Ach, nö. Shit, das sieht aus, als würde ich hier sterben. Ich muss jetzt ganz hoch, damit ich es schaffe, da rüber zu kommen. Ist das widerlich. Ist das widerlich. Ich Ich habe nichts gesagt. Schaut mich nichts an. Ich würde nie unanständige Sachen sagen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe die alle auf einen Haufen gepackt hier irgendwie. Okay. Es ist sehr laut. Das kann ich sagen. Okay. 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 Oh oh, ich habe Gesellschaft. Na toll. Kann ich vielleicht auch mal richtig treffen? So kacke bin ich eigentlich nicht. Ich kann hören, wie der Kopf repariert wird. Komm schon. Kopf sitzt. Der ist wieder ganz. Der Metallarm hält ihn fest. Wenn ich den Langenhals überbrücke, könnte ihn die Schockwelle losreißen. Ah, ah! Ich tue es. Ähm. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ich hier abstürze. Wie komme ich da wieder hoch? Für den äußerst unwahrscheinlichen Fall, dass ich hier einfach wie so ein Spezialpleb abstürze. Was mir gerade nicht zufällig aus Versehen passiert ist. Bitte nicht. Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal laufen? Muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal machen? Ah. Ich war so froh, dass ich den los war, diesen Weg. Das finde ich nicht gut. Gut, ich war so froh, dass ich die... Ich will das nicht alles nochmal machen. Ich will das nicht einfach sterben können. Warum hat sie nicht vorhin gesagt, den Weg kann ich nicht nochmal machen? Häh! 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 Wir gucken mal, wo ich rauskomme, ja? Weil irgendwie... Perfekt. Ich hätte gleich einfach sterben sollen. Was ist das? Das wird schon schief gehen. Ich glaube auch. Ist das cool gemacht. Oh mein Gott. Es tut gut, wieder frische Luft zu atmen. Und die Aussicht ist auch nicht übel. Boah, war das gerade ein Gänsehautmoment. Wenn noch einer fragt, warum das mein Lieblingsspiel ist, das war gerade die Antwort, Leute. Das war eine... Ist das schön, dass wir das gerade im Sonnenuntergang erleben? Ist das wunderschön. Ist das einfach wunderschön. Ich will hier gar nicht runter. Ich lasse mich von dem jetzt hier durch diese Ecke tragen. Kann ich Stress machen von hier oben? Kommt gar nicht da unten an. Schön. Aber sie werden mich nicht finden. Ist das cool. Ich möchte bitte nur noch so... Warum hat er mich runtergeschubst? Was bist denn du für ein Frech? Ich habe das gerade so genossen. Ich habe das gerade so schön genossen. Ich brauche Verwüsterteile, um die Überbrückung zu reparieren. Ich habe das gerade so genossen. 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 Was brauche ich denn für Teile von ihm? Da oben ist noch was. Und da ist noch was. Cool, die Viecher würden sich einfach verpieseln. Ja, das kennt ihr ruhig. Du 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 du. Machen eine Verschwörung gegen mich und nennen es quatschen. Ich will einfach keinen Stress mit dir bitte. Ich gehe auch schon wieder. Ich gehe auch schon wieder. Ich gehe auch schon wieder. So, wir haben die Brutstätte. Haben wir nicht die grünen Glanzplatte von da runter geholt? Hatten wir doch, oder? Brutstätte haben wir geschafft. Da ist angeblich Feuerglimmer, den ich nicht gesehen habe. Merkwürdig. Was meint ihr mit Mayas? Ich habe das schon so ein bisschen gesehen. Irgendwas mit Mayas verkleiden, aber mehr habe ich ja auch nicht mitbekommen. Wer, wie, wo, was. Wachsen die Dinger einfach nach? Wachsen die Platten nach? Wachsen die Platten nach? Ich wurde entdeckt. Da war er ganz vielleicht ein bisschen unter die Räder gekommen beim Langhals. Wachsen die Platten nach? Mit Metallblume, Icy. Im Moment kann ich nichts gegen die Ranken machen. Wir sind alle ganz liebes Schweinchen. Aha. Warum glaube ich euch das nicht? Ähm. Okay, das habe ich aufgedeckt. Okay. Ich brauche noch so eine grünen Glanzplatte, aber dass ich nur diese eine habe. Ich bin aber auch sehr nah hier. Also ich hole mir das Unbekannte da auch noch. Ich will keinen Stress. Oh, come on. So kann ich hier nicht hoch? So kann ich da nicht hoch. Wie lange ist denn diese Felswand? Das ist gut. Opsi? Opsi? Schön, dass da Feuerglimmer steht, obwohl es kein Feuerglimmer ist, aber nur gemeint. Da gibt es auch eine grün-Glanzplatte. So, jetzt habe ich... Hier steht Feuerglimmer. Es war kein Feuerglimmer. Soviel dann zum Thema, sie haben die Bugs behoben. Ich habe da in der Nähe ein Lagerfeuer. Das ist ganz gut. Kann ich da schnell hinreisen? Dann hole ich mir das Fragment da. Früh am Morgen. Mann, ich bin so doof, ne? Nein. Krawellchen. Wenn es der Berg zu, lässt auch Querfeld ein. Kletter, kletter bei gutem Wetter. Kletter. Oh, Mann. Oh, okay. Na los. Juhu. Schaut mich an. Ich bin die Königin der Welt. Das ist mein Freund. Der ist nicht mein Freund. Sind wir da schon? Wir schauen gerade in Richtung Hecaro. Sind wir denn jetzt mit der Ecke hier oben fertig? Oh Gott, Leute, wir haben noch so viel. Verdammt, nochmal. Ich habe gesagt, Ende März. Ich glaube, wir müssen aufhören, DPD zu spielen. Wir müssen. Wir müssen. Wir haben Dinge zu tun. Oh mein Gott. Tatsächlich, glaube ich, questtechnisch? Ich sage mal nicht zu viel. Da kommen wir ja nochmal hin. Das müssen wir nicht jetzt gleich machen. Da könnte man ja fast hingeleiten. Wir checkst du da hin. Von dem Tor ist wunderschön. Ich sage mal nicht zu viel. Was ist das? Ich sage mal nicht zu viel. 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 Aber in der Nähe. Man. Ich sage mal nicht zu viel. Untertitelung des ZDF, 2020